Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Kanal-Update-Video von mir. Ihr kennt die Kanal-Mitgliedschaft von verschiedenen größeren YouTubern sicherlich, ist bei mir jetzt auch freigeschaltet. Zwei verschiedene Stufen gibt es, Bronze und Silber. Welchen Vorteil hat es für euch? Und vorab, natürlich ist der Sinn einer Kanal-Mitgliedschaft, möchte ich natürlich nicht drum herum reden. Eine kleine finanzielle monatliche Unterstützung ist monatlich kündbar, keine Abo-Falle. Ganz wichtig, simpel zu kündigen für alle, die die Mitgliedschaft nicht kennen sollten. Die erste Stufe, ihr kennt, also alle meine Standzuschauer kennen es zumindest, dieses kleine Controller-Icon. Das ist mein YouTube-Icon. Wenn ihr das bei euch einstellen mögt, habt ihr dieses Icon hinter eurem Namen. Und je nachdem, wie lange ihr schon Mitglied seid, ändert sich der farbliche Ring von einem Monat, zwei Monate, sechs Monate, ein Jahr und so weiter. Ändert sich der farbliche Ring und ich sehe auf Anhieb, wie lange ihr Mitglied seid, finde ich eine feine Sache. Ist wie gesagt kein Muss, möchte ich betonen. Zweite Stufe ist die Silberstufe. Den Vorteil hat, ich kann bestimmte ausgewählte Videos schon 24 Stunden oder sogar früher für euch aktivieren. Und könnt es dann eher als Nicht-Mitglieder sehen oder eher als Bronze-Mitglieder. Kann ich aber nur für gewählte Videos machen. Tagesaktuell gibt es natürlich viele Videos, wo es News-Updates zum Beispiel für Apex Legends gibt. Da möchte ich natürlich sofort up-to-date euch halten. Das kann ich natürlich nicht 24 Stunden vorher schon aktivieren. Ansonsten bei Let's Plays oder Best-ofs und so weiter kann ich das aktivieren und würde euch auf dem Community-Tab informieren. Das soll es von diesem kurzen News-Update für meinen Kanal schon gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht Mitglied auf meinem Kanal wird. Wenn nicht, ist das natürlich auch nicht schlimm. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.